Hallo, ich bin der Leo von Musikos Kirstein. Heute würde ich euch gerne eines unserer neuen Produkte vorstellen und zwar geht es um die neuen Showlight LED-Röhren. Diese gibt es einerseits in der Größe von 60 cm und auch in der Größe von 150 cm. Beide werden komplett mit Starter geliefert, sind also Plug-and-Playfähig. Jetzt würde ich euch gerne was zum Vorteil der LED-Röhren erzählen und zwar ist es so, LED-Röhren haben keine Anstaltverzögerung, also starten sofort, sehen wir auch später im Video. Dann ist natürlich die Stromansparung mit dabei. Bei der kleinen Röhre spart man mehr als 55% im Vergleich zur herkömmlichen Röhre und bei der großen Röhre spart man mehr als 60% gegenüber der herkömmlichen Röhre. Dann ist natürlich auch noch ein riesen Kostenvorteil, dass man sich durch die lange Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden die Wartungskosten einspart. Ja, genau, dann würde ich euch jetzt einfach mal ein Vergleichsvideo zeigen zwischen der herkömmlichen Neon-Röhre und der Showlight LED-Röhre. So, ich habe euch jetzt einfach mal eine herkömmliche Neon-Röhre aufgebaut, um mal zu zeigen, wie das Anschaltverhältnis ist und die Startverzögerung. Ich stecke jetzt einfach mal ein. So, man sieht jetzt, die Lampe braucht ein bisschen, bis sie gestartet ist. Außerdem ist es normalerweise so, dass bis die komplette Lichtleistung ausgeschöpft ist, dauert es noch ein paar Minuten. Den Nachteil haben wir natürlich bei den LED-Röhren nicht, wie ihr gleich sehen werdet. Ich würde jetzt einfach mal zeigen, wie einfach die Röhre auszutauschen ist und dann seht ihr auch nochmal, wie die LED-Röhre startet, dass sie eben wirklich schnell startet und gleich die volle Lichtleistung entfaltet. So, jetzt zeige ich euch, wie schnell und einfach der Austausch einer herkömmlichen Neon-Röhre mit der LED-Röhre von starten geht. Erstmal vom Stromnetz entfernen. Dann alte Röhre raus. Den Starter tauschen. So, und die neue Röhre einsetzen. So, ich habe jetzt mal die herkömmliche Neon-Röhre gegen die LED-Röhre getauscht und möchte ich jetzt einfach mal die Eigenschaften zeigen, dass ihr eben schnell startet und dass ihr wirklich gleichmäßiges Licht verbreitet. Ich stecke einfach mal ein. So, wie man sieht, also startet sofort gleichmäßiges Licht und eben verbunden mit den anderen Eigenschaften der Energieeinsparung, dass man keine Wartungskosten hat, ist es wirklich ein sehr empfehlenswertes Produkt. Ich zeige euch, wie der klingelt mit den Kopf aus leurs Benedikt Es wird gegenseit, wenn führt ein bisschen schwer, sprichst tusen biruber characterized zoals die dicehause oder deraun' Die Dreads Folgen Er preacher Es wird Du kannst